Was habe ich jetzt bekommen? Einen Gutschein? Ich frage mich, welche Fähigkeit dieser Tetris die Geschenke hat. Dieser Tetris? Und die? Oh, ich habe gar nichts gelesen. Wenn die Tetris die Macht verlieren hat, Grimasse zu schneiden. Oh, cool! Nice! Tetris hat hier die Macht verlieren, Schmackgelumpf in den roten Lumpf zu verwandeln. Geil! Nice! Und dann können wir uns unser Leben immer schön auffüllen. Wir sind unsterblich. Unsterblich, dank Tetris. Ja, 34%. Das kann nur ich. Ufa, Ufa. Ah, jetzt sind wir wieder in der Wüste. Wo wir eigentlich auch hinwollten. Ich sehe da oben schon wieder lächeln. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe da oben schon wieder lächeln. Oh, das ist echt cool mit der Fähigkeit. Oh, da oben ist jemand. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, Freunde. Scheiße, 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 scheiße. Na Globox? Hilfe! Hilfe! Oh, was ist das denn? Oh, was? Falsch, krass. Verdammt. Ah. Ach, sauerabout. Ocht, wie bin ich denn? Ach, die blablabla! Weil, da sind viele verschiedene Hui-Jungs. Gibt das denn? Gibt das denn? Na komm. Na bitte. Yeah. Und er ist wieder am Saufen. Ich muss die Welt retten und Globox ist am Saufen. Ich lebe. Witzig, witzig. Verdammt. Und dann hin zu den Knochen? Nee, natürlich nicht. Und wir kommen die rote Dose. Und weiter geht's. Oh, ist mir erfrischen. Ach nee, nicht mit Skop Larry viermal. 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 Nummer drei. Oh, jetzt gibt's auf die Fresse voll ein. Na komm, na komm, na komm, na komm. Alter. Oha. Das ist schon geil, die Fähigkeit. Oh nee. Kommt her. Oh, ich bin grad ein bisschen grüder geworden, ey. Das ist... Ach. Das ist einfach anstrengend. Das ist einfach anstrengend, Freunde. Das ist anstrengend. Die verdammt ne Gugelungsee. Die haben echt Langeweile. Können die nicht einfach rot und lieb sein? Hallo. Kann ich mal in die richtige Position begeben? Hallo. Geht doch. So. Da. Es geht weiter. Ja, super. Ah, komm. Was denn weiter? Das Umschlag macht dich nicht perfekt. Immer wieder witzig. Ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Egal was mir. Ja. Ich reg mich nicht auf. Zum nächsten Doktor sind wir, oder? Tatsache. Oh, cool. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Nein, nein, nein. Da komm her. Du musst herkommen. Nein, 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 nein. Nichts wird mich von hier fortbringen. Huch. Was war das denn? Mal sehen, wie der drauf ist. Oh, Globoxan, sein Silvel klampft. Zum Glück, ich kann für die alten schlechte Energien. Kili, 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 Kili. Kili, 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 Kili. Nein, ich komme nicht raus. Ich bin es nicht gewohnt, befehlen zu gehorchen. Wirklich? Das ist, was wir werden sehen. Otto? Romeo, könnt ihr euch beeilen? Hä, wo kommt die denn her? Eine Gruppentherapie? Das ist ja total abgefahren. Oh, ich glaube es, ja. Das ist ja total abgefahren. Das ist ja total abgefahren. Seht mal, der Looms ist zu schnell. Wenn er genug Energie findet, um sich zu vermehren, sind wir verloren. Genau. Jetzt ist er einfach weg. Shit. Nichts ist verloren, meine Brüder. Ich kenne da jemanden, der uns helfen könnte. Folgt mir! Zu wen wollte er denn, König? Oh nein. Ich weiß, dass du dich an Rayman rechnen möchtest. Und ich brauche Energie, um mich zu vermehren. Stieh das Zepter deines Königs und ich bringe hier Rayman auf einem silbernen Tablett. Scheiße. Du kleiner verdammtes Miststückchen. Ah, Reflux und André haben sich zusammengetan und das Zepter von Gumsie, dem König der Knarren, gestohlen. Gumsie. Sie werden Laptis beschwören und unbeschreibliche Macht erhalten. Diese Tür führt zu einer Abkürzung. So könnt ihr sie einholen. Beeilt euch. Bestimmt wieder Surfen, oder? Diese Heiler sind nett, aber wenn sie wollen, dass wir uns beeilen, sollten sie uns ein wenig... Wo geht's? Wie lang? Nee, da. Hoppala. 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 Bin ich jetzt richtig? Gehen wir erstmal uns Diamanten holen. Hm. Bin ich leicht verwirrt. Leute. Aber hier gibt es schön Diamanten. Cool, Diamanten. Jetzt den Schuh jagen. Tschüsschen. Wer bist? Äh, wo bist du? Ach, da bist du. Na, wo ist denn der? Ach da. Je. Die Musik ist auch geil. So. Noch einmal. Na, wo ist denn der? Ach da. Ich bin voll beruht. Ich bin voll beruht. Ich bin voll beruht. What the fuck. Ach, ich muss Kronen sammeln. Ah. Das muss mir mal jemand sagen. Eie. Vergessen. Scheiße. Dammit. Okay, dann das Ganze nochmal. Und... Go. Moment, da waren wir noch nicht. Shit, 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 shit. Okay, die Türen gehen hintereinander zu. Ich muss mich also bereilen. Der Anzug wird auch nicht für immer. Das kann schwer werden. Super. Okay. Nochmal. Wir haben es ja gleich geschafft. So. Na komm. Alter, wo muss ich denn lang? Ach so, ich wusste... Oh. Shit, shit, shit. Zack. 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 Ich hoffe, wir haben es alle bekommen. Eine fehlt noch. Stimmt doch. Jedes Mal, wenn die Welt gerettet werden muss, sind alle für uns... Yee. Das ist uns. Oh oh. Heideka, ich hab dich. Da ist wieder so ein Vieh. Wir sind da nicht. Wir sind da nicht.